State America, zweite hinter Maria Butierskaya, hätte eigentlich gewinnen sollen, aber sie hat die Lobby noch nicht. Eine kraftvolle Frau, enorm fraulich geworden seit der letzten Saison und hat enorm hohe Sprünge. Schauen Sie mal, Kombination. Dreifach Lutz, Doppeltole. Das hätte Eva Maria zeigen müssen. Sie läuft zu einem Blues von Harry James. Ritter. Ritter. Alle Elemente bisher sehr sauber. Dazu gehören auch die Piretten, die sehr wichtig sind. 15 Umdrehungen mindestens in der Kombinationswahl. Da strahlt sie. Oh, gibt's denn das? Da wird sie zu übermütig. Passiert oft. Vor allem jungen Läufer. Die Korkovii hat sef der Trainer. Zittert mit. Einem alten Hasen wäre das nicht passiert, aber dazu gehört sie noch nicht, Elena Sokolova.